Diese Ballen werden als Einstreumaterial für unsere Puten verwendet, wo die Puten drauf rumlaufen können. Wir können es hier auch sehen, was das für ein sauberes, lockeres Material ist. Dieses Material wird drei bis vier Mal in der Woche in die Stelle verbracht, zum Nachstreuen, damit die Tiere immer ein sauberes, eine saubere Einstreu haben, wo sie drauf laufen und schlafen können.